Eine traurige Beerdigungszeremonie wird für eine junge Frau abgehalten, die unerwartet verstorben ist. Ihre Freunde und ihre Familie sind tief bewegt, als sie den Sarg zum Grab tragen. Plötzlich jedoch, als die Sargträger den Sarg heraustragen, stoßen sie versehentlich gegen eine Wand. Ein leises Stöhnen dringt aus dem Sarg hervor, gefolgt von erstaunten Rufen der Umstehenden. Sie öffnen den Sarg und können kaum glauben, was sie sehen. Die junge Frau ist noch am Leben. Ein Moment der Verwirrung und Freude breitet sich aus, als die Sargträger sie aus dem Sarg befreien und ihr helfen, aufzustehen. Die junge Frau, die das Unglück überlebt hat, lebt dann weitere zehn Jahre und genießt ihr Leben in vollen Zügen. Doch das Schicksal hat noch eine Wendung für sie bereit. Sie verstirbt erneut und als die Sargträger sie zum zweiten Mal zu Grabe tragen, ruft der Ehemann, passt bitte auf die Wand auf.